Nummer 1 Siehst du Ahoi? Wir sind am Schlitten und jetzt wird es steil. Hier war es ziemlich steil, würde ich sagen. Was meinst du? Wir sind genau richtig. Ich sage es heute. Jetzt haben wir Kurven. Wir haben einen schönen Schlitten, da kannst du mit Gewichtsverlager Kurven machen. So geil! Das ist ganz krass. Es ist wirklich wunderschön. Gell? Seht ihr? Woher kommt wieder die Kurve? Ich mache die Frontkamera. Oh, Kurven. Ach so, Kurven. Wir machen die Kurve. Nach rechts oder nach links? Oh, 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 oh. Da haben wir ein Loch. Da haben wir ein Loch. Jetzt kommt mir gleich so eine Holzbrücke. Jetzt müssen wir die Füsse hochheben. Füsse hochheben. So lange? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hopp. Schön, schön, schön. Schön. Schön, schön, schön. So, aufstehen. Ja, auf den Basen. Ja, genau. So, und jetzt ziehen. Also wenn ihr mich fragt, Schlittchen ist viel besser als Skifahren. Es ist das hier. Hä? Seht ihr das? Sie sind schön drücken da. Hä? Seht ihr das? Die Stimmung da. Wunderbar. Und jetzt so die Sonne da rein. Hier oben ist auch schön. Schön, schön, schön. Hä? Kann der Stärke, Schlittchen. Wunderbar. Alex? Schön, hä? So, äh, wir gehen weiter. Kann ich mal wieder mal verschliffen? Das ist jetzt rein in der Hose, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. Eh, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das war die Schlittelpiste, das Kandersteg, Öschinensee, Kandersteg, Aberschlittling, wunderbar, genau richtig. Und da ist es auch so schön hier unten, da kommst du dann raus und dann bist du eigentlich gleich wieder direkt im Dorf. Schön. Kommen jetzt schon die nächsten. Also das ist wunderbar, die Schlittelpiste hier, herrlich, auch mit dieser Landschaft, mit dieser Natur, wunderbar.